Der Kurier von hier. 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 Warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Der Kurier von hier. Der Kurier von hier. Der Kurier von hier. Warum kommt hier. Man müsste? Der Kurier von hier. Sonst hat hier. Ja, wir haben ja gar keinen Anhaltspunkt. Der Kurier von hier. Ja, wir haben ja. Ja, wir haben ja. Ja, wir haben ja. Ja, wir haben ja. Ja, wir haben ja, wir haben ja. Ja, wir haben ja, wir haben ja. Ja, wir haben ja. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja. Wir haben ja, wir haben ja. Ja, wir haben 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 ja. Guten Tag, Fahrscheinkontrolle, Ihre Fahrscheine, bitte. Na klar, scheißt Tag. Danke. 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 Ich trau mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Man liest ja so viel in der Zeitung. Naja, wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen. Sozialfall. Von wegen. Die wollen alle nicht arbeiten. Mama, guck mal. Danke. Fahrscheinkontrolle, hier einen Fahrschein, bitte. Der Neger hier hat ihn eben aufgefressen. Danke. So eine blöde Ausrede habe ich auch noch nicht gehört. Tja, wenn Sie keinen Fahrschein haben, muss ich Sie bitten, mit mir mitzukommen. Sie pressen unsere Fahrscheine, wenn ich Ihnen das sage. Hören Sie, ich hatte eben noch... Glauben Sie mir doch, ich bin noch nie ohne Fahrschein. Nein, Sie haben es doch alle gesehen. Ich... Ich verstehe das nicht. Ja, ja. Sie haben es gesehen. Aber... fen Sie. Das ist gar nicht. Dann gehen Sie hier. Und der ist star, trifft ist hier. Ich danke. to sie ist in der Fr shortcut. Okay, faudere uns ein Leben. an ihm zuerstellen, um ein bee volk también. Oh, das, ist irgendwie嫌 nicht. Und diese wird dazu andererüsselungen errichtet. Untertitelung des ZDF, 2020